Wow, Creeper! Ich muss in die Höhle. Ja, töd ihn doch einfach. Du bist doch gut equipped. Ja, der war auch bei unserem Feld. Willst du, dass der da ist? Okay, ja, du kannst ihn auch. Mit drei Schlägen hast du ihn dauernd. Oh, dahinter ist ja Kohle. Danke, Creeper. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hydra. Und heute haben wir mal einen kleinen Gast dabei, nämlich... Gast auch noch? Ich bin immer dabei. Weil wir schon seit 30.000 Folgen vorproduzieren. Genau. Okay, dann join wir einfach mal auf den Server. Du bist schon wieder drauf. Ja, ich bleibe ein bisschen im Hauptmenü drin. Nach der Begrüßung, hallo und willkommen und so, dann join ich immer direkt. Ja, wir splashen mal auf den Server drauf. Wir splashen, ey, ne! Es ist einfach Nacht und da bist du ja und ich höre ein Zombie. Und ich mach Knochenmehl. Ah ja, genau, unsere Farm. Die haben wir ja letzte... Folge gut aufgebaut. Genau. Warum hab ich jetzt das Kino gemacht? Ich weiß es nicht. Ich geh einfach noch mal kurz in die Höhle rein, um mal ein bisschen zu jagen. Oh, Höhlen-Sound. Ah, hier ist der Sound. Ja, mich macht ziemlich auch aggressiv, dass ich dann In-Game-Sound höre. Dein, also mein? Ja, ich höre deinen In-Game-Sound. Ich höre deine Tastatur, das ist schlimm. Ja, aber das ist normal bei einer mechanischen Gaming-Tastatur. Was ist der Unterschied zwischen einer normalen und einer Gaming-Tastatur? Dass die meistens etwas länger aushalten und zweitens, dass sie halt geiler aussehen. Großen Unterschied gibt es jetzt ganz ehrlich nicht. Ich hab mir die aber gekauft, weil ich so ein schönes Display da drauf hab, wo ich dann meistens sehe, wie viel Uhr es ist, damit ich auch bei den Aufnahmen nicht überziehe. Wir haben ja letzte Folge leider überzogen. Das heißt, wir kriegen halt eine kleine Strafe. Das heißt, wir machen diese Folge noch weniger. Ganz einfach. Ja, wir dürfen nur 10 Minuten. Und vor allen Dingen, wir haben schon wieder kein Timer gestartet. Ich starte jetzt eben die Windows-Uhr. Ja, dann ziehen wir eine Woche in zwei Minuten ab. Oh Mann, ich werd grad abgeschossen. Ich hab mir gerade wieder richtig viel Eisen. Ich hab jetzt schon wieder 17. Ich geb dir das zurück, weil du hast mir auch was gegeben und du hast nix mehr. Ich geb dir das zurück. Die Höhe bin ich denn. Ja, ich bin die ganze Zeit mit Knochenmeer am Doktor. Wir sind schon. Weil ich finde mit Knochenmeer geht das Ganze viel einfacher und schneller. Wir sollten uns mal anfangen, so eine kleine Mini-Basis zu bauen. Ich baue mir gleich ein Haus. Ja, aber ich baue mir ein Haus. Wir ziehen das zusammen? Äh, erstmal. Ja, wir können dann. Ich baue das erstmal aus Eiche, weil Eiche finde ich scheiße. Eiche ist eigentlich das beste Holz. Ich finde Eiche ist so und das Mainstream-Holz ist langweilig. Marks, Eiche ist auch relativ geil. Ja, schwarz. Wow, wow, wow. Ah, kein Creeper, 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 Creeper. Creeper oder Creeper? Ja, mein ich ja, Creeper. Der zerstört ja alles. Also, ja, Creeper ist eher Enderman, oder? Ich finde Enderman auch schrecklich, weil die klauen manchmal Kisten. Ja, oder vielleicht ein Diablock oder so. Oh Mann, verpisst euch hier, kleinen Creeper-Hater. Ach, das ist lau. Nein, nein, nein. Bumf. Wow, wow. Noch einer, noch einer. Wow, was geht bei dir ab? Wo bist du? Ich bin oben bei uns. Ja, ich komme gerade hoch. Ich helfe dir gerade. Nein, du brauchst mir nicht mehr helfen. Ich habe gerade die Plage und... Ich höre schon wieder ein Skelett und habe 14 Level einfach mal. Ich habe auch... Der ist schon wieder ein Creeper. Allein durch das Zombie-Jagen habe ich schon 14 Level. Jetzt 15. Verpisst dich, Skelett. Du, ich auch. Die ersten Nächte sind immer die schlimmen... Nein, nein. Das ist schon die fünfte Nacht oder so. Ich habe gerade... Ich habe gerade... Der kann nichts zerstören, weil er im Wasser ist. Und ich bin vollgeheilt. Oh, nee, ich habe wieder eine Spinne. Ihr verpisst euch, ihr scheiß Zombies. Mein Eisenschmerz ist durch euch, kleinen Bastard. Guck mal, hier ist Eisen. Da war er in der Base. Ich baue das einfach mal ab. Hier unter Wasser ist es. Oha, wie viel Eisen ist hier. Alter, ich muss auftauchen. Und ich ertrinke. Ich ertrinke, meine ich. Wow, wie lange dauert das? So, ich habe erst mal ein kleines Haus aus Eiche gebaut. So, Alter, ich habe hier richtig... In der ersten Folge, die ihr nicht mitbekommen habt, da hatte ich richtig wenig Eisen. Die könnt ihr aber bei mir als nachkommentiert gucken. Ja. Bringt ja nichts. Die kommt ja... Ja, die könnt ihr aber sehen. Also, von meiner Meinung. Nein, na klar, die können ja auf meinem Kanal mal vorbeischauen. Ja, ja, klar. Ich habe auch alle verlinkt, die hier bei mir jetzt mitmachen. Ich habe den Kanalding vom guten MC-Gamer nicht. So, hier dann ein bisschen... So, hier dann ein bisschen... Fuckli, fucklo, fucklossasa. Fuckli, fucklo, fucklossasa. Slandy. Hat er was gegrieft? Ich denke, ich habe den Enderman einfach mal an. Mach der YOLO. Was? Hat der keine Enderperle gedroppt? Brob. Ja, kannst du ruhig sagen. Ich verpieke das. Ähm, ich würde gerne mal hier so ein scheißverdammtes, hässliches Mist scharf haben, damit ich es scheren. Oh, wie schnell Tag wird. Ja, weil wir sind ja mitten in der Nacht auf dem Server gejoint. Ja, ja, ich meine aber von Helligkeit zu Helligkeit, ich will das so schnell ändern. Alter, das glitzt. Renn mich von mir weg. Okay. Ich gehe jetzt mal an ein anderes Biom und fahre mal ein bisschen Fichte, weil Fichte ist auch ein ziemlich geiles Holz. Ich finde diese Kugel... Ich finde diese Kugel entweder ganz hell oder ganz dumm, will ich. Ähm, magst du Birke gerne? Birke, naja. Oh, ich habe hier einen Kanickel. Du hast gesagt, ja, da sind drei Stück ungefähr. Du hast gesagt, du willst doch aus deinem Haus bauen. Entweder ganz hell oder ganz dunkel sehe ich so. Ich habe zwei Kaninchenfell. Äh, hast du die getötet? Ja, klar. Ey, du bist ja einer. Ja, wir kriegen doch eh nur durch Dörfer Karotten und wir finden sowieso jetzt so schnell keinen drauf. Du hast in der letzten Folge gesagt, nicht töten. Dann tüttest du dir aber selber. Ich weiß, ich bin ein kleines... Ich bin eine Sau, ne? Ich, äh, mach nochmal mein Dings hoch. Wir haben ja unser Feld hoch. Ich habe jetzt nochmal einen neuen Knochenmehl. Wow, Creeper! Ich muss in die Höhle. Ja, töt ihn doch einen, weil du bist auch ein gut equipped. Ja, der war auch bei unserem Feld. Willst du das denn da? Okay, ja, du kannst ihn auch mit drei Schlägen, hast du ihn down. Oh, da hinten ist ja Kohle. Danke, Creeper. Na doll. Dadurch habe ich jetzt Kohle entdeckt. Du musst mir gleich, äh, mal einen... Koli? Ja, aber erstmal will ich ein paar Kaninchen töten. Wir können uns doch schon einen Kompass machen, ne? Ich habe ja Redstone und Eisen. Eine Uhr können wir uns quasi auch machen. Ey, mein Eisenschwert ist fast kaputt. Ja, da hängt das noch Eisen. Danke, Creeper. Ey, ich sage Eisen. Ja, ach danke, da ist noch Eisen. Boah! Ich habe richtig viel Eisen jetzt. Ich habe Schweine. Ich habe Schweine. Schweine. Ja, äh, wir werden die... Die kannst du auch nur mit Karotten locken, also auch töten. Oh, Mann. Früher konntest du alles mit Weizen locken. Jetzt geht das nur noch bei Kühen. Hühner kannst du jetzt, äh... Weizenkörner. Mit Samen machen, genau. Mit Weizenkörner 1,75. Und... 1,75. Und Schweine und, äh... Schweine und Häschen oder Hasen. Ich kill gerade Schweine. Karotten. Alter, wie du droppen die nur ein Fleisch? Was sind das für Mistviecher? Drop zwei Fleisch oder drei. Ah ja, und, äh, Schafe lockst du auch. Äh, wenn du Schafe tötest, ne, kriegst du noch Fleisch davon denen. Ich weiß, ich war... Ey, kenne ich... Ich habe schon einmal zur Minecraft in der 1,8 schon durchgespielt. Ich habe jetzt noch mal... 29... Auch wenn das richtig ineffizient gerade war mit den Schweinen. Ich habe es einfach gemacht. Weil ich Yolo bin. Äh, Gero, hast du da gerade gefurzt? Nein. Okay. Hä? Das ist nämlich das geheime Geräusch in dieser Aufnahme. Das geheime Geräusch. So wird mein Typ. Hm, genau. Na, genau. Das ist mein Schatz. Nee, kannst du machen. Wer Yolo. Oh, Mann, ich... Wenn halt nichts spannenderes in der Folge passiert, dann ja. Äh, gib mir mal deine Koordinaten. Äh, wir müssen jetzt auch langsam die Folge beenden. Äh, ich glaube... Ja, ich gebe dir noch schnell die Koordinaten durch. Schreib sie... Oder nee. Äh, wir müssen jetzt aufhören. Ich würde sagen, danke fürs Scheißen. Ja. Der hat die ganze Zeit mein Skype-Bildschirm aufgenommen. Nicht dein Ernst. Doch. Ja.